Ich bin in Quent immer noch bei den Skoyaterl und versuche jetzt mal, mich hier zu behaupten. Mein erster Kampf gegen ihn war ja nicht so gut, aber dann habe ich drei ineinander gewonnen, nicht einfach. So, dann gucken wir, was wir hier jetzt haben. Triss, du, das ist vielleicht ganz praktisch, dann wollen wir hier sowohl als auch. Dann kann ich hier von einer weg machen. Jetzt haben wir davon zwei, jetzt bräuchte ich noch so einen anderen, dann packen wir den noch weg. Jetzt habe ich noch so einen. Dann packen wir den weg und jetzt habe ich den anderen ja liegen raus. Na gut. Ich fang an. Da ich für die, den ich habe, der die Rüstung wegnimmt, wird es jetzt auch mal so ein. So, dann können wir noch mal verstärken. Die Fähigkeit kann ich mit dem ausschalten. Jetzt habe ich schon einen Chart. Okay, dann machen wir jetzt den. Ich habe Leute wegen weniger getötet. Und. So. Das sieht normal nicht schlecht aus. Jetzt habe ich noch mal Zähigkeit. Ich nehme noch Zähigkeit. Ich komme. 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 Ok. I-Sệc oder. Ich sehe nicht von diesen Sitzern zum Bes cloudy Nein. Wir werden dann noch Komp Miles aufgefallen. Also. Oh. Ich fühle mich Patri. Hey, Daniel! Marakam wurde nicht an einem Tag erbaut. Truppen, hierher, sofort! Genug mit der Farce. P3, Ende! Mit deinesgleichen habe ich keine Gnade. Ich spüre starke Magie. Ich spüre starke Magie. Ich spüre starke Magie. Bringen wir es hinter uns. Bringen wir nicht das noch? Nein! Doch, doch, ich spüre es noch. Gut. Das waren wir jetzt schon knapper. So, gucken wir den nächsten Kampf mal an. Alle für einen. Das ist nochmal gegen den selben Oberboss. Marakam wurde nicht an einem Tag erbaut. Stell meine Geduld nicht auf die Probe. Mit der Kappen brauche ich nicht. Ja, voll, das sieht doch nicht schlecht aus. Lange lebe der König! Beeilung! Genug geredet! Brandatt ins Becken! Genauer sehen! Nur Mut! Wieso konnte der jetzt wo spielen? Befehle! Oh! Das ist natürlich heftig. Lange lebe der König! Okay. Dann setzen wir jetzt den noch ein. Den beiden weg. Ich werde nicht versagen! Lang lebe, etc., etc. Wir werden sehen, wer hier schwach ist. Für Radowit! Ich bin der, der ich sein muss. So, den drei spielen. Schach! Mord! Wir sollten einander helfen. Wir sollten einander helfen. Okay! Aber so war es mal so! Gewonnen! den weg jetzt krieg ich zähigkeit hat sich ein gewünscht ich bin noch nie weggelaufen und ich fang jetzt nicht damit an jetzt muss ich die eine verlieren und bleibt der liegen dann kann ich den zumindestens duplizieren ist nur einer der unseren oder nicht was war das denn so steuern wir die mal oh das ist die erste verdeckte karte die ich sehe dass ich meine eigene karte schaden machen geht wohl nicht anders für jahre welt gewonnen so dann haben wir noch die letzte so bestrafe ich die die mich verärgern so dann wer die zähigkeit auf der hand dann lassen wir mal so Ja, er fängt an, gut. Geht doch nicht wie man ein Zwerg, wenn's eng wird. Och, du Schunder. Oh, den Widerlinge steht ein Universum aus Schmerz bevor. Truppen, hierher, sofort! Lang lebe der König! Kann die Schlacht kaum erwarten. Das hat mich jetzt allerdings an Karten gekostet. Ich hab aber die Runde gewonnen und hab ne stärkere Zähigkeit erlegen. Ja, das lassen wir mal so. Geht lieber gleich auf! Wir werden unsere Stärke beweisen! Truppen, hierher, sofort! Nichts leichter als das. Lang lebe der Zitter. Es weht ein böser Wind. Du verdienst nicht zu leben! Oh, Militale. Meine Güte. So. So bestrafe ich die, die mich verärgern. Schickt's! Ja, wer brechst uns! Deine! Jetzt schickt's noch. Henne, dann Glenna! Du willst Schaes! Gib mir Röcker! Ja, gewonnen! Gut! Dann haben wir die Scoia-Tel. Auch fertig. Dann bleibt nur noch Nilfgaard. Und das schauen wir uns das nächste Mal an. ... ... ... die